Hallo und herzlich willkommen zum 3 Minuten Tutorial. Ich bin Michael Beredas. Die Firma Calibright hat ein neues Programm herausgebracht, mit dem man Monitore und Notebooks ganz leicht kalibrieren kann. Wie das funktioniert, zeige ich in den nächsten Minuten. Das Ziel ist es, dass Fotoaufnahmen auf dem Monitor genauso aussehen wie auf Fotoabzügen und im Internet wie z.B. auf Facebook oder auf Instagram. Für die Kalibrierung benötigen wir einen Sensor, wie z.B. den Color Checker Display Pro. Dieser wird ans Notebook oder an den PC angeschlossen. Jetzt öffnen wir das Programm, den Calibright Profiler. In der ersten Linie sehen wir den Fortschritt für die Überprüfung. Auf der zweiten Ebene wird unser Monitor erkannt. Wir wechseln von dem Basismenü ins erweiterte Menü. Weiter unten sehen wir, dass unser Color Checker Display Plus ebenfalls erkannt wird. Also gehen wir auf Weiter. Hier oben sind jetzt alle Vorgaben erfüllt. Wir haben weitere Einstellungsmöglichkeiten, zum Beispiel des Farbraums DCI-P3 für Kinoproduktion, REC 709 für HDTV oder REC 2020 für HDR. Wir bleiben aber beim Foto, weil wir für Fotografie kalibrieren und gehen weiter. Hier sind alle Grundeinstellungen bereits fertig. Dazu gehört der Weißpunkt D65 oder auch 6500 Kelvin und 120 Candler Hintergrundbeleuchtung. Den Kontrast lassen wir auf Nativ und das Gamma 2.2 lassen wir auch, weil das der Standard für Adobe RGB und sRGB ist. Die automatische Anpassung für das Streulicht und das Umgebungslicht lassen wir ausgeschaltet, weil der Sensor direkt auf dem Display drauf liegt. Alle anderen Einstellungen sind Standard und bleiben auch unverändert. 118 Farbfelder sind Standard in der Basic Einstellung. Es gibt noch 211 Farbfelder für die erweiterte. Ich empfehle 461 Farbfelder zu nutzen, weil damit die Messung viel präziser wird. Wir laufen in weniger Probleme hinein, weil zum Beispiel keine Solarisationseffekte oder Farbtreppen dargestellt werden. Weiter. Der ColorChecker Display Plus wird erkannt und wir können die Messung bereits starten. Helligkeit, Kontrast und RGB-Werte möchte ich nicht manuell einstellen, weil dafür habe ich den Calibrate Profiler, also entferne ich den Haken und gehe weiter. Als nächstes nehmen wir den ColorChecker Display Plus, legen ihn direkt auf die Mitte des Displays und damit können wir dann auch schon den Messvorgang starten. Die Messung dauert in etwa 8 Minuten und wir können den Fortgang unten an den Messbalken erkennen. Wenn die 461 Messfelder vollständig gemessen sind, entfernen wir den Sensor vom Display, legen ihn beiseite und klicken auf Weiter. Hier sehen wir alle 461 Messfelder, die der Sensor ermittelt und eventuell auch korrigiert hat. Wir speichern das Profil und damit ist im Grunde genommen alles bereits fertig. Anschließend haben wir die Möglichkeit eine Vorher-Nachher-Kontrolle durchzuführen. Da der BenQ exzellente Werkseinstellungen besitzt, sehen wir hier auch keinen Unterschied in der Kalibrierung. Nun können wir verschiedene Fotos hochladen. Ich habe mich in dem Fall für eine Grautreppe entschieden. Die ist vollkommen farbneutral und es sind alle 256 Grauabstufungen des JPEGs zu erkennen. Das zweite Bild ist mein Hamburg-Motiv. Das wird originalgetreu dargestellt. Nun bin ich ganz sicher, dass ich meine Fotos auch genau so nach der Kalibrierung sehe, wie die Fotos gedacht sind. Damit gehe ich zurück ins Hauptmenü und kann das Programm beenden. Die Kalibrierung ist damit fertig.